Musik Häusliche Seniorenbetreuung ist ein Wachstumsmarkt mit Perspektive. Immer mehr Menschen werden immer älter und haben ein wachsendes Bedürfnis nach Hilfs- und Sicherheitsleistungen. Und so steigt auch die Zahl der Anbieter. Was ist neu an Hamsi? Das Franchise-System kooperiert mit den Hausnotrufanbietern. Hamsi schickt Hilfe in jeder Lage, wenn kein Notarzt gebraucht wird und kein Angehöriger erreichbar ist. Der Franchise-Geber stellt die technische Infrastruktur zur Verfügung und bietet die vertraglichen Grundlagen für die Kunden. Als Franchise-Nehmer von Hamsi können Sie sich nach kurzer Startphase auf die Akquisition und den Kundenservice konzentrieren. Interessiert? Dann klicken Sie jetzt hier und erhalten Sie weitere Details.